Willkommen bei Potpourri, dem Nählädchen made in Wanne. Bei uns erhaltet ihr selbst hergestellte Artikel, alles aus dem alten Grubenstoff. Natürlich könnt ihr eure Artikel auch selber nähen, wir bieten Nähkurse an. So könnt ihr eure Artikel selber herstellen. Wir besticken und bedrucken jegliche Artikel, sodass ihr und wir glücklich sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.